ok lukas möchte dass wir ein spiel spielen ich möchte das aber nehmen das ist ihnen aber scheißegal das heißt wir müssen ein spiel spielen und das werden wir jetzt einfach mal versuchen blatt ist ein bisschen dunkel glaube auf youtube aber naja 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 so ist es im leben und im spiel müssen wir jetzt durch moment man muss ich da jetzt zum geburtstagskuchen ja ich muss dahin ok ich möchte dass wieso ok doch ich wollte gerade die anlage nicht an ok hier haben wir ein code denke ich mal irgendwo hier finden müssen das verstehe ich noch nicht so ganz was bringt mir das ich kann ja auch nichts aufheben ok hier kann ich aufschrauben das machen wir mal aber es läuft hier irgendwas raus sieht aus wie öl benzin irgendwas würde schon sein ok passt nicht jetzt müssen wir irgendwas finden lamme kerze ok kann ich das sind luftballons aus stahl ok es ist die frage ist das gras wo es ist einfach nur luft wir haben da ein zeichen das ist was ist das lenkrad sieht aus wie so ein lenkrad ok wenn wir jetzt hier durchgehen geht die kerze wieder aus ok wir können klauen aufziehen ok ok gut hat mich jetzt nicht so lecker ok wir haben jetzt ein fernrohr das machen wir mal sauber wenn das geht ok kann man muss doch irgendwas sein das fernrohr nein nein das kann man auch nicht als kärze benutzen ok kann ich auch nicht ok hätte ja sein können irgendwie daraus einen schlüssel anfertigen oder so ich verstehe absolut gerade nicht was ach so warte mal wir haben hier ach so ok ein aufgehängter was ist das ein rabe der auf dem penis sitzt ok unten fötus ok ein aufgehängter fötus rabe der aufgehängter fötus rabe und ich muss es eigentlich gar nicht machen ich mache es trotzdem kann man die puppe hier drauflegen woher was ich so witzig finde woher wissen wir dass wir das mit der puppe machen sollten was ist denn jetzt wenn das falsch gewesen wäre und wir die puppe für was anderes benutzen sollten hätten wir jetzt keine puppe mehr aha dann machen wir mal was kannst du irgendwas fehlt hier sieht so aus als in den luftballons hier was drin wäre aber ist nichts ne ok was fehlt hier vielleicht licht licht jetzt ist die frage wo kriegen wir ein pinsel her guck mal also die haben schon mal vorgesorgt für corona die am wenigsten hier toilettenpapier ja lukas alles richtig gemacht jetzt ist aber die frage wo kriegen wir ein pinsel her oder ein stift wesentlich was was willst du denn haben erzählen wir mal sagst du mir nicht ne schweigende lämmer man kennt's ok ich bin jetzt ok 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 ist aber ein echt trauriger geburtstag muss man echt sagen ne also wenn ich nicht der einzige bin der eingeladen ist also muss ich echt sagen und ich will ja noch nicht mal hier sein also ich will schon mal echt gedanken machen ok 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 okay aha 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 okay ich bin jetzt gerade ein bisschen moment das haben wir kann man mit den kabeln hier was machen ne ne auch nicht wieso wäre ich das spiel dass es hier nichts nützen würde vielleicht bringt mir das was ich möchte jetzt die kerze hier reinstecken ich möchte einfach dinge reinstecken irgendwo das ist ein hobby von mir okay das hört sich okay nee 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 das lassen wir mal schneiden wir raus nicht okay also hier können wir immer wieder warte mal wir machen mal manchmal anders machen wir mal die kerze an und geben ihnen jetzt mal geht das passt nicht aber mir passt das so kann man den anzünden was fehlt hier was will der uns sagen der clown was sind das fuck urin können wir auch nicht anzünden das funktioniert nicht was ist das eigentlich für eine doofe toilette wer ist noch den einfall gekommen also den den ingenieur wird gerne mal kennenlernen ich kann mir halt nicht vorstellen dass man die ballons nie kaputt machen kann das passt warte mal haben wir hier irgendwas noch übersehen ne hier ist nichts aber was braucht der clown verstehe ich jetzt gerade nicht oder warte mal muss ich die kerze jetzt geben wenn die aus ist ne so funktioniert das auch nicht der guckt mich ganz doof an das möchte ich nicht hören sie bitte auf damit haben wir hier das verstehe ich das verstehe ich immer noch nicht ne also das ist mir gerade auch immer noch zu hoch das ist mir noch zu hoch was soll das sein verstehe ich nicht weil ich kann ja auch hier mit dem fernglas bringt mir auch nichts das haben wir ja schon hier und ich glaube das fernglas ist jetzt fein also das brauchen wir an sich nicht mehr und deshalb ist ja noch die einzige mögliche warte mal kann man hier irgendwas machen wir haben wir haben am fernglas hier ist auch nichts dran ich verstehe halt immer noch nicht was das hier was hat das für einen sinn gemacht dass wir hier ein brett rausreißen ich verstehe den sinn nicht man reißt hier ein brett raus und das war's macht das macht absolut keinen sinn hier die stelle die macht keinen sinn ok aber ich glaube hier können wir auch nichts machen es lässt sich einfach nicht mehr stopfen ich habe zuerst gedacht vielleicht fließt das ja bis nach draußen das verstehe ich ja auch noch nicht so ganz ne also wenn ich es nicht so mache doch das würde was nützen das würde was nützen hör auf mich an zu lügen ich bin jetzt ohne mist bin absolut überfragt ne und ihr werdet euch bestimmt jetzt in den kommentaren denken was ist das für ein trottel weil das habt ihr schon 5000 mal gesehen ja ich aber nicht das müssen wir durchschneiden das kann ich jetzt hier nicht wegfackeln ok gut ich kann wegfackeln ich kann wegfackeln jetzt ist die frage ist hier irgendwas drin aber wir gehen erstmal weiter ok hier muss irgendwo der Schlüssel sein wäre voll geil wenn das Spiel jetzt rumbackt wäre voll geil wenn das Spiel jetzt rumbackt und wir keinen Schlüssel finden wäre irgendwie witzig mach doch mal hier kaputt mach doch mal hier kaputt ich habe irgendwie das Gefühl dass der Schlüssel im letzten Ballon einfach ist dass es einfach ne so programmiert ist oder dass es jetzt rumbackt und hier ein Gauke im Ballon ah ok ich kann mir schon vorstellen was wir machen müssen mit dem Ballon und jetzt ist die frage gibt es hier noch einen Schlüssel bam bam boah ich töne dich ok ok na komm ok aber hier haben wir jetzt keinen Schlüssel gefunden ne ist aber ok hier brauchen wir happy wie hm 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 Hä? Ah, okay. Hä? Bin ich doof? Ich wollte 4 schreiben. Okay, na gut, dann... Wenn es nie funktioniert, dann funktioniert es nicht. Okay, wir wissen ja schon mal, was wir mit dem Ballon machen müssen. Au! Au! Okay, da wissen wir ja auch schon mal Bescheid, was wir damit machen müssen mit der Feder. Die geben wir hier mal in den Clown. Loser, wow. Jetzt echt jetzt? Echt jetzt? Boah, ey, das ist so ein Witzball, der Typ, ey. Ey, Lukas, den quäle ich richtig zu Tode. Das weiß ich jetzt schon. Okay, Loser. Hammer. Okay, was? Aha! Handventil, okay. Das sah, das sah ganz halt von da aus, also hier von der Seite, sah das ganz halt aus wie eine Zeichnung von hier. Okay, da, was wir damit machen müssen, weiß ich ja auch. Das machen wir hier rein. Und damit machen wir natürlich die Leitung zu. Das heißt, wir können jetzt die Kerze anmachen. Da steht da jemand, oder? Ich bin doch nicht blöd. Bleib da ja stehen, du. Ja, ich mag den Typen. Ich mag Lukas. Okay, dafür war das. Mist, 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 Mist. Mist! Äh. Handventil wieder auftreten. Mal gucken, ob das funktioniert. Funktioniert nicht. Doch, ich glaube, das hätte funktioniert, wenn ich das ein bisschen früher gemacht habe. Hätte. Gut. Ähm. Ja. Natürlich doof, sowas. Ähm. Wir werden definitiv noch gucken, dass wir hier rauskommen, oder wenigstens, ne, aus dem Feuer kommen. Das möchte ich gerne noch in der Folge mitnehmen. Okay. Bitte, was? Alter, das ist jetzt ein Witz, oder? Okay. Ah, gut. Dunkel. Die machen wir schon mal auf. Ey, guck mal, ey, hey, was ist denn das jetzt für eine Fahrt? Was hältst du davon, wenn wir kein Spiel spielen? Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Torte stecken. Leck mich am Arsch! Ethan! Wortwahl, bitte! Ich werfe hier die Kerze gegen den Kack, Nischel. Wo, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, das Brett erst mal abmachen. Ich weiß zwar noch nicht so ganz, was es bringt, aber wir machen es einfach. Guck mal, jetzt steht da keiner, ne? Die Arschlöscher. Okay. Warte mal, kann ich das jetzt? Ich guck mal, ob das so funktioniert. Aber ich glaube nicht. Oh doch, das funktioniert so. Guck mal, überspringen wir einfach hier alles. Ha, ha. Anmachen. Warte mal, was ist? Ich weiß ja, Moment. Das will ich jetzt mal wissen, ob das funktioniert. Ah, kann ich das jetzt nicht einfach hier? Hä? Okay, dann holen wir mal den Finger auf. Achso, nee, scheiße. Aha. Brauchen wir doch gar nicht. Scheiße. Das können wir aber schon mal. Okay. Warum kann ich jetzt nie? Achso, ich muss es ja so machen. Oh Mann. Ballon. Ballon aufpassen. Kann ich einfach abhauen jetzt? Oder so? Einfach mich wegschneiden? Natürlich geht das nicht. Wäre ja auch zu einfach. Aber Moment, das hätte ich ja an sich auch überspringen können, ne? Weil ich will mal wissen. Will ich jetzt mal wirklich ausprobieren. Ob das reicht. Also, somit haben wir auch keine Narbe, ne? Oh fuck, das hätte ich ja mit einem Ballon machen können. Oh, das war so doof, ey. Scheiße. Ich hätte das alles abkürzen können. Oh Mann. Das mit dem Ballon war richtig sinnlos, weil ich brauche die Feder ja nicht. Äh. Ne, gut. Happy, happy birthday, happy birthday to you. You have a happy, happy, happy birthday. Okay. Okay. Missed, 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 missed. Missed. Okay, das Ventil bricht ab. Bitte was? Wo muss ich denn hier hin? Hä? Hä? Okay, ähm, da cutten wir definitiv. So. Ähm. Ich bin richtig doof. Ich bin an, äh, Dummheit nicht zu überbieten. Wir dürfen einfach das Ding hier, das ist mir gerade mal so, äh, aufgefallen oder eingefallen. Ich denke mal, weil wenn das nicht ist, geht die Bombe ja, ähm, hoch, aber hier brennt dann nichts. Denke ich jetzt einfach mal. Wir werden es ja mitbekommen. Ähm, ähm, das macht halt am meisten Sinn, sonst weiß ich auch nicht so wirklich, äh, mal gucken, wir, 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 wir versuchen das einfach jetzt mal. So, jetzt genau. Genau, jetzt wirftet sich das Feuer hier und was, was jetzt? Scheißkerl, du solltest doch drauf gehen. Äh. Ah, jo, rein damit. Mach. Mach rennen. Mutti. Ich will, ich will hier nicht mehr sein. Ah, guck mal, wer hier war. Guck mal, wer hier war. Der liebe Lukas. Ah ja, dann, das war ja doch relativ einfach. Ich hab mich nur sehr dumm angestellt, ähm, ja, und damit sind wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein und tschüss.